Ah, guten Tag, ich bin es, Graf Zahl. Ja, man nennt mich Graf Zahl, weil ich gerne alles zähle. Heute möchte ich euch eine Geschichte erzählen, als ich noch ein ganz kleiner Graf war. Ja, ich möchte etwas über meinen allerersten Schultag erzählen. Als ich das allererste Mal zur Schule gehen wollte, war das für mich ne große Qual, weil ich das gar nicht wollte. Ich ging ganz traurig hin und kam durch meine Klassentür, doch plötzlich seh ich eine Schacht von Schulkinder vor mir. Haha, rief ich, die Schule fängt gut an, weil ich nun alle diese Kinder zählen kann. Ja, ich zähl Susi und den Kai, die sind Nummer eins und zwei. Ich zähl Piet und Wladimir, die sind Nummer drei und vier. Boris, Käthe und Marleen, fünf, sechs, sieben, bitteschön. Anneliese und der Heinz stehen für die Zahlen acht und neun. Und denn zähl ich den Ben, denn Ben ist Nummer zehn. Ja, mit Susi, Kai und Piet, Wladimir, Boris, Käthe, Anneliese, Hein und Marleen. Und mit Ben, mit Ben sind's eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Das ABC der Lehrerin bedeutete mir Qualen. Mit Wörtern hab ich nichts im Sinn, ich liebe nun mal Zahlen. Doch dann sagt sie, es ist genug, soweit das Alphabet. Ich wüsst nun gerne, wer von euch gern zählt, zu zählen versteht. Ich kann's, rief ich, ach, nehmen sie mich dran. Und dann zeig ich, wie ich Kinder zählen kann. Ja, ich zähl Susi und der Kai, die sind Nummer eins und zwei. Ich zähl Piet und Wladimir, die sind Nummer drei und vier. Boris, Käthe und Marleen, fünf, sechs, sieben, bitteschön. Anneliese und der Heinz stehen für die Zahlen acht und neun. Und denn zähl ich den Ben, denn Ben ist Nummer zehn. Ja, mit Susi, Kai und Wied, Wladimir, Boris, Käthe, Anneliese, Hein und Marleen und mit Ben. Mit Ben sind's eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Sehr schön, liebe Leute, tanzt ruhig mit. Ja, mit Susi, Kai und Wied, Wladimir, Boris, Käthe, Anneliese, Hein und Marleen und mit Ben. Mit Ben sind's eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht und neun, zehn. Aha, aber das sind nur Kinder aus meiner Klasse, die anderen muss ich auch noch zählen. Dann zähl ich die Kinder in allen anderen Klassen der Schule und dann alle Kinder in allen Schulen im ganzen Land. Ja, ich fang gleich an, Dirngart, das macht elf, Hiltraut macht zwölf, Walter dreizehn, Stefan vierzehn, Sarah fünfzehn, ja. Ja, ich fang gleich an, Dirngart, das macht elf, sechs, sieben, acht, neun, 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 acht, neun,